Er hat sich so gefreut, einen Sohn zu bekommen. Als er dann gesehen hat, dass die anderen Babys laufen lernten, seins aber nicht, da hat er angefangen, sich zurückzuziehen. Er hat sogar den Sport aufgegeben. Im Grunde war er nicht so, dass er sich so gefreut hat. Und er entfernte sich seit Jahren von ihm. Er braucht einen Vater, verstehst du das? Ich kümmere mich seit 17 Jahren um ihn morgens, mittags, abends. Und wo bist du? 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Das ist ein Rennen für Verrückte. Ich will mit dir den Almen machen. Was ist das denn für eine Idee? Spinnst du? Ich bin sicher, dass wir es schaffen können. Vergiss es, ich sag nein. Ich kann da nicht mitmachen. Schlag dir das aus dem Kopf. Wir finden schon was anderes. Nein, ich will nichts anderes machen. Du gibst aber auch nie auf, hm? Du musst immer hochkonzentriert sein. Wenn du auf nur eine Sekunde nicht aufpasst, stürzen wir jetzt. Ihr müsst damit aufhören. Das ist zu gefährlich. Es ist nicht schlimm, wenn wir es nicht beenden. Doch, das ist schlimm. Ich will es mit dir bis zum Ende schaffen. Bis zum Ende. Vielen Dank.